Äh, Talents, Talents, das... Ah, aha, äh, kia, Battle Charge. Achso, mit der Zeit... Achso, das sind dann so Belohnungen, sag ich mal, für die Achievements, die man dann kriegt. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegt hat, Dragontiers gesammelt hat, Areale gefunden hat, Geld zusammengesteckt hat, äh, Combined-Kills gemacht hat oder sonst was, was man dann hinkriegt oder hinkriegen sollte. Ja, ich glaube nicht, dass niemand in diesem Weg in einem sehr langen Zeit hergelegt hat. Ja. At least nothing human, not by choice anyway. Vor allem, das war ein Blindshot, wie ihr ja schön gesehen habt. Nicht mal gezielt hier mit... Ah, Stonehead. Sie sieht älter. Ich mag nicht, wie es mich ansehen sieht. Ich darf nicht mal wegsehen, was ist los? Ah, ein Trigger, ein Trigger. Ich kann nicht mal mehr zielen, Madame. Ja. Es ist... Es ist hypnotisierend. Ah. Gut. Ja! If you wish to pass as planned, pick your thought and make your stand. Light a fire in shadows deep, and then this course you both may keep. Ein Gedicht? Es scheint ein bisschen kryptisch zu sein. Ja. Ja. Was erwartest du von einem bergenden Rock? Das ist der Ort, der magisch ist. Aber das mag ich nicht. Ja. Boah, boah. Jetzt versperrt die Alte mir noch den Weg. So, aber du bist sonst in der Zufs, ja? Komm, wir haben wir. So. Start a fire there, girl. I'm sure you've been looking for an excuse. Ja. Ja, mach mal. Andere. Find proper flame. Ja. Yeah. Und es ruckelt. Schön. Ich muss das jedes Mal... Ah! Das ist... Naja, ne? Also... Muss ich mit der jetzt echt nur mal nach da oben laufen, und das zu Feuer einsammeln, damit die das dann... nötzt. Tun wir's an. Komm mal. Consider es dann. Ich mach das! Waaah. Wie die nur im Weg rumsteht, äh... Das ist nervig bei Teamkollegen. Wenn die KI... oder AI, oder wie ihr es halt nennen wollt, äh, überhaupt... keine Intelligenz besitzt und... Bäh. Einfach doof in der Gegend rumsteht und... sonst nichts macht. Nein? Hm... Na? Ja? Na, verstehe. Na, verstehe. Für dich? Alles. Ja, nein! Auch wenn's gedauert hat. Nee. Und das hier? Was hat das hier geblieben gehabt? Egal. Egal. Geht's in die Tiefe. Wieder. Och, total unlogisch, dass das hier mega dunkel erscheinen soll, aber hier, dass es hell ist. Geht's tiefer und tiefer. Gut. Hoffentlich bleibt das Licht an, Warte. Ah, ich muss nämlich vorausgehen mit Hälfte meiner Lebenspunkte. Ah, sowas ist nicht schön. Ich werde mit einem Drachenschädel und frisst mich auf. Und sch... äh, wie heißt das? Äh, Knochen-Drachen, ne? Ja, bist du Bescheid. Äh, holla hu, holla hu. Ich hab keine Lust, jetzt direkt in den Tod reinzuwerfen wieder, damit ich mich wiederbelebt muss, weil, Madame hat auch... Ja. Wir finden uns selbst auf Helms-Gelstand. Bist du schuldig? Wir haben diesen Threshold ziemlich lange zurückgekriegt. Ja, wie tief... ernsthaft, wie tief soll das denn? Übrigens... Das Spiel hat anscheinend wohl in solchen Sequenzen so ein bisschen was mit Horror überhaupt zu tun. Ja, super. Tiefer geht's anscheinend nicht, die hatten keinen Bock, tiefer zu graben. Aber das ist hier grad so düster, so böse. So, öffnen wir das einfach mal und finden Gold. Das ist ja sogar schon ein kleines Problem hier werd. Ja, noch jemand da. Auf jeden Fall nett, dass die uns jetzt endlich cool Licht gegeben haben. Hat die sich jetzt den neuen Bogen da gekrallt, oder was? Das wäre ja geil, wenn die das selbst machen würden. So ein Steinchen. Was ist das? Das ist doch Toll! Jetzt weiß ich, dass das auch Gold ist. Ah. Da frage ich mich aber, warum ich das eben nicht aufnehmen konnte. Und hier wird es wieder dunkel. Ja, richtig. Das ist Geld. Das ist eine kleine Fortunat. Ha! Das ist sicher. Äh. Axe of O.C. Das blinkt auch so toll auf. Das wird erstmal behalten. Behalten. Und bevor wir uns, ich denke mal, hier weiter in die Dunkelheit begeben, machen wir einen kleinen Kunt, damit das nachher nicht zu unsynchron wird. Hier mit Stimmen aufnehmen und bla. Die Spielerei. Und ich muss mich erstmal wieder mit dem Spiel einfreunden, anfreunden. Waaah. Waaah. Muss ich überplanen. So, anscheinend nicht. Nicht. Sollte man überhaupt dann da lang? Hier gab's doch. Äh. Es gab doch einen Knopf. Damit ich weiß, wo es lang geht. Äh. Seraphine's Path ist z. 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 Ich hätte über... ...berhaupt nicht runtergehen müssen. Gut. Nee, jetzt noch mal den ganzen Blick nach oben. Ach, ist das öde. Was ist das? Kommen wir Besuch von hinten? Hm. Nöööööö. Das ist echt schnödeöde, dass ich jetzt nicht mehr rumlaufen muss. Aber ich weiß, dass das hier jetzt nix ist. Außer dem ewig hangen Weg nach Efendi. Ja, komm. Was ist los? Ja, was ist los? Wie ist der alte Mann jetzt? Immer so drauf. Ja, was ist los? Was ist los? Was ist los? Ah, der haut... Der haut... Ah, hier... Ich... Ich... Ich bin lieber, ich bin lieber... Dass die Frau in mir ist, ich glaube keine Frau... Das ist echt... Ehrenvoll... Das ist überhaupt nicht toll... Ach... Unten rechts sehe ich jetzt auch, dass ich dafür Aufladungen habe... Sehr schön... Sehr schön... So, und jetzt brauche ich erstmal wieder ein Shield... Weil der... Typ hier hat mein Shield kaputt geschlagen... Oh... Shield broke... Ja, von mir oder von dem? Wahrscheinlich eher meins... Dann brauche ich gleich auch wieder... Neue Waffe... Wie war's mit dem Knöpkel... Der ist ja mal so ein bisschen scheiße... Ach so, das war sowieso nur alles Nebensache hier... Eigentlich sollen wir da bleiben... Gut, hört sich nicht so nett an... Okay, ich fühle mich schlecht... über was jetzt gerade passiert... Aber gleichzeitig... denke ich, dass die Gäste oben ist... Ja... Ganz bestimmt... Arme sind hier leidens grad... Ach... Sie sind ganz heller... Äh... Nein! Erstmal... Nein! Du sollst... Heya... Komm ich... Wieder... Zu... Kein Kommentar, Leute... Ne... Bitte... Kopfschuss... Da danke... So, jetzt kommt... Nein... Nicht so viele... Fuck... Mal, das ist... Der Schlag soll auch irgendetwas machen... Außer... Schaden... Schrei auf... Gut... Ah... Wie die nur im Weg rum steht... Das ist... So, was ist das... Äh... Schlechtes, schnelles Schwert... Ne... Ne... Ne, dann bleib ich lieber bei den Kloppern, die nicht in klarerischen machen... Äh... Die Musik... Gefällt mir grad nicht... Wie das... Nach so ein bisschen... Wie die Rede... Ich... Ich... Okay, ich war das... Ich wollte nicht... Aber ich muss nicht... Wissen... Ich... Wissen... Wissen... Ich... Wissen... 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 Ja... Wissen... I... Das habe ich den Schlag dort nicht gebrauchen können... Aber was... 1800... Berह... Green... Na, schon wieder... Na, I... Ich muss den Weg versperren unbedingt, du darfst da nicht lang, nein, wir müssen den anderen Weg gehen. Hier, äh, bla, hier, Z, ne? Das ist nervig, ist das nervig, ist das nervig, ist das nervig. Darüber können wir nicht. Nehmen wir halt das Geld auf, dass wir sonst noch irgendwas... Nein, wir haben eh schon bestimmt so viel verpasst. Ich will das aber jetzt gerne nutzen, hier. Hä, wieso ist das... Ich verstehe das Spiel nicht, wieso ist das jetzt plötzlich weg? Ah, ja. Sei es drum. Wir müssen uns näher zu dem Herrscher kommen. Ich denke, das war das bessere Teil der Stadt. Wie kannst du es dir sagen? Es wurde gespeichert. Und ich hab mich hier gerade... Ist nicht wahr, oder? Was ist passiert? Leute, ich glaub, ich hab gerade ein Bug des... Spiels mitbekommen. Ja, ich hab das Spiel gebackt. Ich hab's geglitscht. Das ist auf eine nicht so schöne Art und Weise. Lass mich hier wieder runter. Scheiße. Ich glaube, das spricht dafür, das Spiel nochmal neu laden zu müssen. Äh, ja. War nicht die beste Idee. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, wir sehen uns dann. Ich höre. Denn ich höre.